Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Actionfilms Canary Black, der seit dem 24. Oktober 2024 exklusiv bei Prime Video zu sehen ist. Ich bin es so, heute bei mir ist mein schwarzer Kanarienvogel, der Johannes. Hallo Johannes. Moin Moin. Johannes, sagt dir der Name Pierre Morell etwas? Aber natürlich. Gut, dann kannst du unserer werten Zuhörerschaft mal bitte sagen, Pierre Morell, wer ist das und was könnte man von ihm kennen? Pierre Morell ist, glaube ich, ich kenne ihn persönlich nicht, aber wenn ich jetzt einfach nur seine Filmografie angucke, ein bescheidener Regisseur, weil er, würde ich sagen, vom Anspruch her ungefähr immer das Gleiche dreht. Der hat 2004 sein Regie-Debüt gehabt, das war so ein französischer Bon Dieu-Film und dann hat er ein paar Jahre später mit Taken, also 96 Hours, auf sich aufmerksam gemacht und damit Liam Neeson ja zu dieser unrühmlichen Action-Karriere gebracht und seitdem dreht er einfach nur weiter solche schnörkellosen Action-Filme. Mal mit Hollywood-Stars, mal nicht. Er zum Beispiel mit Sean Penn hat er gedreht, er hat mit Jennifer Garner gedreht, mit John Travolta, mit John Cena und jetzt mit Kate Beckinsale. Genau. Ich möchte eine Sache noch verbessern. Sein erster Film, du hast ihn so lapidar genannt, der ist großartig. Ich hab den nicht gesehen, okay. Ghetto Gangs heißt ja die Hölle von Paris, nur stilisch mit beschissenem deutschen Untertitel und der ist wirklich gut. Das ist so ein Parcours-Action-Film, der ist jetzt auch schon 20 Jahre, Gott, ich bin echt alt, 20 Jahre ist es schon, ja, aber der ist wirklich gut. Also wenn ihr wirklich auf Parcours steht, guckt euch den an. Als ich den damals geguckt hab, der hat mich wirklich umgehauen. Das ist wirklich so ein Geheimtipp immer noch, guckt euch den an, wenn der auf Action steht, der ist toll. Und war auch so für mich Grund, immer zu gucken, was macht der Mann als nächstes. Und dann kam, wie du es schon gesagt hast, Taken oder 96 Stunden. Ich find die nicht so geil, die Filme. Also klar, Teil 2 ist furchtbar und Teil 3 ist der letzte Rotz. Aber ich muss auch sagen, auch der erste Teil war nie so meins. Wie geht's dir da? Also ich hab den ersten Teil sehr, sehr positiv in Erinnerung, aber es ist auch schon wirklich sehr, sehr, sehr lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Also vielleicht müsste ich den noch mal nachholen. Aber sonst bin ich natürlich bei dir. Teil 2 und Teil 3, also ich mein, diese Verfolgungsszene mit Leibniz, mit den 30 Schnitts in 2 Sekunden, ist ja legendär. Aber das Interessante, das sind ja alles diese französischen Regisseure, die irgendwie von Luc Besson Filme drehen. Das eine Olivier Megaton, der hat ja auch einen Transporter gedreht. Dann hat er noch Kolumbiener gedreht mit Zoe Sedena. Und der andere ist doch, glaube ich, von, ach, der ist auch von Olivier Megaton. Ich dachte, es gibt noch diesen Louis Litteriär, der ja auch noch einen Transporter gedreht hat und dann bei Fast and Furious eingestiegen ist. Genau, genau. Um nur mal hier kurz Pierre Morel zur Seite zu eilen, er hat nur den ersten Taken gedreht. Also die beiden Voraussagen waren wirklich dieser Olivier Megaton, der diesen Film, diesen Canary Black nicht gedreht hat, weil dann sag ich direkt, dann hätte ich wirklich gesagt, nee, danke, das tue ich mir auch nicht an. Aber Pierre Morel, ich weiß nicht warum, ich bin ihm immer noch so ein bisschen, also ich bin immer noch neugierig, was er macht, aber du hast es schon gesagt, das kann ich auch nicht abstreiten. Der macht im Prinzip immer den gleichen Film und es wird auch nicht besser. Der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, sogar im Kino war Freelance, mit John Cena, du hast es auch schon erwähnt, der wirklich ganz, ganz furchtbar war, wo ich auch nicht mehr das Gefühl hatte, dass das einen Regisseur gedreht hat, der mit Action irgendwie eine Art von Erfahrung schon hat. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung jetzt, dass der Canary Black besser wird, auch weil es ja ein Wiedersehen gibt mit einer alten Bekannten, nämlich Kate Beckinsale, die ja auch überaus Action erprobt ist, oder? Ja, ich glaube schon, dass Kate Beckinsale schon sehr, also wir sind ja ein paar Jährchen auseinander, aber ich sag mal so, die männlichen Actionfans der 80er, 90er, also die da vielleicht so auch geboren sind, die dann also sozusagen in den 2000ern viel geguckt haben, sehr geprägt hat. Also Underworld, ich glaube gerade, natürlich das heterosexuelle Publikum wird sich auf jeden Fall an den Auftritt erinnern in ihrer engen Latex-Outfit. Ja, ja. Also ich hab den Underworld in den ersten vor ein paar Monaten nochmal gesehen und der ist auch nicht so gut gealtert, aber wo ich überrascht war, dass sie in dem Film gar nicht mehr so sehr sexualisiert dargestellt wird. Also klar, du hast natürlich dieses Outfit, aber wenn ich es vergleiche mit anderen Filmen, wo man das Gefühl hat, dass der Regisseur gar nicht vom Gesäß der Schauspring ablassen kann, war Underworld schon angenehmer. Aber wir reden ja nicht um Underworld, wir reden ja über Canary Black und Johannes, kannst du uns eben kurz grob zusammenfassen, was die doch sehr komplexe Geschichte von Canary Black ist? Wir begleiten Avery Graves, gespielt von Kate Beckinsale. Sie ist eine der besten CIA-Agentinnen und nachdem sie einen krassen Auftrag in Japan erledigt hat, wird ihr Ehemann gekidnappt und sie wird erpresst. Sie soll nämlich die titelgebende Canary Black-Datei finden und daraufhin entspinnt sich eine Hetzjagd zwischen ihr, den Leuten, die ihren Mann gekidnappt haben und der CIA, weil sie ihr natürlich dann als Verräterin angesehen wird. Vielen Dank. Ich weiß nicht warum, aber als ich den Film gesehen habe, musste ich immer so ein bisschen an den großen Pop-Art-Künstler Andy Warhol denken. Nicht, weil Canary Black ein besonders kunstfertiger oder kunstvoller Film ist, sondern weil ich vor einiger Zeit mir angelesen habe, dass Andy Warhol so eine Art Siebdrucktechnik hatte und damit im Prinzip immer wieder das Gleiche erschaffen konnte, ohne großen Aufwand zu betreiben. Und ich habe das Gefühl, dass Canary Black im Grunde ein Actionfilm ist, wie ich ihn in Zeit meines Lebens schon bestimmt so um die 300 Mal gesehen habe. Und es wird einfach immer wieder reproduziert und reproduziert und reproduziert. Das an sich ist gar nicht das Schlimme. Was schlimm ist, ist, dass diese Reproduktion alles vermissen lässt, was für mich einen guten Actionfilm auszeichnet. Die Action hat keine Kinetik. Die Darsteller sind ausdruckslos. Da gibt es überhaupt gar keine wirklich Ideen drin, die mir es irgendwie schmackhaft machen. Das alles ist ja so ein abgepaust. Das ist die Kopie einer Kopie einer Kopie einer Kopie. Und wer schon mal ein Dokument mehrfach kopiert hat, der wird sehen, dass es immer verblaster wird. Und Canary Black ist so verblasst, dass es für mich schwer ist, auf diesem Blattpapier überhaupt noch irgendwas zu entziffern. Das, ja, diesen Gedankengang hatte ich heute nach ungefähr zehn Minuten Canary Black. Wie war es bei dir? Auf dem Papier kann ich dir da gar nicht widersprechen. Also die Story und auch der ganze Ablauf des Films, das ist halt wirklich Business as usual. Das ist super schnörkellos. Man merkt, hier ist auch, ich formuliere es so, es klingt negativer, als ich es meine, aber es ist ein relativ ambitionsloser Actionfilm, weil der nicht den Anspruch hat, irgendwie mehr zu sein. Also er weiß ganz genau, die Story ist halt simpel, nennen wir sie platt, die Inszenierung ist zweckmäßig, es geht halt alles nach vorne und der Film versucht auch nicht mehr zu sein. Das ist ja an und für sich gut, aber es ändert halt für mich nichts daran, dass er auch in seiner Kernkompetenz, die Action, nichts abliefert, was mich auch nur annähernd begeistert. Ja, es ist halt nicht besonders schön, aufwendig oder irgendwie clever inszeniert, sondern, ich würde sagen, routiniert. Also der Film ist halt dazu da, Kate Beckinsale cool aussehen zu lassen. Und da muss ich auch sagen, das schafft er bei mir nicht. Es gab einen Moment, den fand ich wirklich cool, gleich zu Beginn, da trickst sie bei so einer Schießerei einen Schurken aus, das ist so eine Situation, dass sie da auf einer Treppe sind und wie sie es da schafft, hinter den Schurken zu kommen, das sagt sich, das ist eine nette Idee, das hat mir gefallen. Aber das ist so eine ganz, das ist eine Kleinigkeit eigentlich nur. Und ansonsten schafft es der Film, Kate Beckinsale nicht richtig zu verkaufen. Mal wirkt sie wie Johanna Wick und mal wirkt sie wie so eine, wie so eine Anfängerpolizistin, die durch Zufall in die Schießerei geraten ist und ich weiß, was sie tun soll. Das fand ich ganz seltsam stellenweise. Wie war es da bei dir? Ach, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich mit ihr ziemlich viel Spaß. Es gibt eine Szene, die schon, also es ist schon vom Absurtheitslevel das Highlight, weil sonst ist der Film nicht so absurd. Aber in einer Wohnung tritt sie auf einmal auf eine Kontaktmine. und wie sich diese Situation löst, ich sag mal so, ich hätte das nicht so erwartet und da hatte ich schon ziemlich viel Spaß dran und ich bin bei dir, das ist halt alles nicht, also das ist halt einfach ein sehr zweckdienlicher Actionfilm. Es gibt keine irgendwie tollen Choreografien, es gibt keine tollen Kamerafahrten, das ist alles routiniert, das ist alles in Ordnung, aber für mich hat das vor allem, weil ich, der Film hatte ein sehr, der hat ein sehr hohes Tempo. Sobald der Ehemann gekidnappt ist, macht er eigentlich keine Pause mehr und ich finde, das tut dem Film ganz gut. Ja, für mich ist halt immer die Frage, was bringt mir hohes Tempo, wenn in diesem Tempo nichts drin ist, was mich halt irgendwie an der Stange hält und ich habe wirklich schon schlechtere Actionfilme gesehen, auch schlechtere Action an sich, da merkt man auch, dass der Pierre Morell durchaus auch ein bisschen vom Fach kommt. Ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie so ein absolutes, komplett absurd schnirre ist ein schönes Wort, schnittgewitter mir vorgesetzt wird, aber mir fehlte einfach so eine gewisse Kraft, so eine gewisse Kinetik, das alles wirkte so nicht sagen. Ich erwarte ja gar nicht, dass mir jetzt hier ein Raid 2 vorgesetzt wird oder ein John Wick 4, Gott bewahre, aber das ist mir einfach zu wenig gewesen, selbst für einen Streaming-Titel und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das ist ein Film von 2010, den sie irgendwie vergessen haben zu veröffentlichen und jetzt halt eben 14 Jahre später noch schon auf Prime Video raushauen, weil sowas ins Kino zu bringen, wäre schon mutig, meines Erachtens. Ja, auf jeden Fall, das hat im Kino nichts zu suchen, das ist im Streaming schon ganz gut aufgehoben, genau in den 2000ern, 2010ern wäre das so ein Direct-to-DVD-Film gewesen. Halt einer von den, also nicht von diesen ganz billigen, weil man merkt schon, da steckt, auch wenn natürlich in Osteuropa gedreht wurde, wir wollen hier ja nicht zu viel Budget reinstecken, aber hier steckt auch, wenn man sich so ein bisschen einige Leute auf der Cast-Liste anguckt, das sind alles keine A-Lister, ich meine, das ist ja Kate Beckinsale auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob sie es jemals war, aber das sind halt schon alles bekannte Namen und ich finde gerade im Vergleich zu diesen rotzigen Streaming-Filmen, also ich meine, da steckt Netflix in The Greyman, ein absurd hohes Budget und der Film sieht scheiße aus. Der Film hat alles komplett mit CGI und ich finde, das muss man hier auch sagen, der Film ist angenehm handgemacht. Ja, gebe ich ihm auch, aber auch das, wie gesagt, du kannst mir halt was Schönes töpfern, du hast es handgemacht, aber wenn es halt hässlich ist oder für mich nichts bringt, bringt es für mich nichts. Also das ist, das sind alles valide Punkte, die du da aufzählst, aber es reicht für mich einfach nicht aus, dass ich wirklich was, in der Hinsicht Positives an diesem Film finde, dass ich sage, okay, ja, jetzt sehe ich es auch, der ist gar nicht mal so verkehrt. Ich kann das auch nachvollziehen, ich glaube, ich bin einfach nur, also hätte ich den Film in den 2010er oder 2000ern gesehen, wäre ich glaube ich nicht so, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht gewesen, weil ich muss auch sagen, das letzte Mal, dass ich Cat Beckinsale, glaube ich, gesehen habe, war in Jolt oder Jolt, was auch so ein Amazon Prime Ding war und der war absoluter Rotz. Der war wirklich furchtbar. Ach, das war der mit Jack Courtney, ne? War das nicht? Ja, genau, richtig. Und der hatte viel zu wenig Action, eine ganz furchtbare Story, das war so, war versucht auch, wir sind ein bisschen feministisch, aber war ganz furchtbar und das hier ist halt wirklich einfach ein sehr, also das ist so ein straightforward Actionfilm und ich fand das, glaube ich, einfach erfrischend, das mal wieder zu sehen, auch wenn man sagen muss, ja, das ist auch, das ist nichts Neues. Ja, also, es ist ja so, dass es jetzt in den letzten Jahren wirklich vermehrt wirklich so Actionfilme mit weiblicher Hauptbesetzung gab, was ja auch wirklich toll ist. Wir hatten zum Beispiel bei Netflix diesen, wie hier sagt Kate, mit Mary Elizabeth Winstead, wir hatten erst kürzlich bei Netflix The Shadow Stray, aka Code Name 13 und gerade, wenn ich die jetzt nicht vergleiche mit Code Name 13, ich fand Code Name 13 jetzt auch nicht super, aber bei Code Name 13 gibt es immer noch Szenen, die ich mich erinnern kann. Die Sichtung von, hier, wie heißt der, Candyman Black, siehst du mal, geht schon los, ist jetzt bei mir eine Stunde oder zwei her und der ist schon wieder so am, ja, am Verblassen und das, das sollte ein guter Actionfilm eigentlich vermeiden. Ich, ich, ich nehme mir für mich nicht übel, dass seine Geschichte total banal ist und dass Kate Beckins gefühlt mit einem Gesichtsausdruck durch die, durch die Pampa läuft, aber irgendwie, gerade halt eben, und ich wiederhole mich, in der Kernkompetenz der Action liefert der hier solide ab, aber solide ist halt leider auch der kleine Bruder von Enttäuschung. Kann ich nachvollziehen, auch wenn ich sagen muss, gerade bei diesen Streaming, also vor allem, also ich, ich finde, also The Shadow Strays, finde ich, muss man da nochmal rausnehmen, das ist eine indonesische Produktion, aber gerade wenn wir uns diese US-amerikanischen Streaming-Actionfilme allgemein, aber natürlich auch mit weiblicher Protagonistin angucken, ich denke an Heart of Stone, ich denke an die ganzen Jennifer Lopez-Filme, die sind alle richtig scheiße. Also ich finde die wirklich furchtbar und von The Union brauchen wir gar nicht reden, und kenne ich nicht. Hör dir die Folge rein. Da muss ich sagen, ich glaube, ich war einfach, ich war einfach sehr erleichtert hier. Ich bin auch bei dir, ich war nie wirklich begeistert, also auch wenn ich sagen muss, am Ende, weil dieses Temposofa gibt es so Szenen, die so irgendwie absurd waren, dass ich schon, also ich saß vor dem Fernseher und hab so ein Also ich hatte dieses, bei mir so ein bisschen so ein primitives Grinsen, weil, also dann kommt da so eine riesige Drohne, wo ich gedacht hab, die leuchtet, wieso sieht die keiner? Also das ist alles irgendwie so blöd und dann wird am Ende ja, also am Anfang denkt man, die Handlung ist relativ klein, aber wenn man dann erfährt, was Canary Black ist und was der Antagonist damit machen möchte, das ist so hirnrissig groß, dass ich das schon wieder lustig fand. ja, vor allem war die Geschichte, also wenn man ein paar Action-Filme gesehen hat oder ein paar Thriller gesehen hat, dann ist einem auch, finde ich, relativ schnell klar, was der Phase ist, was mit ihrem Ehemann auch los ist, alles okay, aber wo ich mich halt wirklich so wieder gewunden habe, ist dann ganz zum Schluss, wenn dann halt dieses Fass aufgemacht wird, wenn dieser, also dass es quasi der erste Teil ist und dass uns da vielleicht jetzt noch ein weiterer Teil erwartet, Franchise wird halt versucht und ich, oh, ich möchte nicht, dass es weitergeht, ich möchte, dass Kate Beckinsale wieder richtige Filme dreht, weil, das vergessen viele, Kate Beckinsale hat früher wirklich richtig tolle Sachen gedreht, äh, also zum Beispiel Last Days of Disco oder so, ähm, und natürlich, die hat auch eine, wenn die richtig inszeniert wird, hat die Frau auch eine gute Aura und kann auch Action, glaube ich, gut verkaufen, aber das hier war für mich einfach nur so ein Paycheck-Film und ich weiß gar nicht, wie alt Frau Beckinsale ist, aber, also sie ist auf jeden Fall besser in, in, in Schuss als wir beide, nehme ich mal stark an, äh, aber ich würde mir wünschen, dass die Frau wirklich mal wieder was spielen darf, was von ihr mehr verlangt, äh, so zu tun, als ob sie jetzt irgendwie vor irgendwelchen Kugeln weglaufen würde. Kann ich nachvollziehen, Kate Beckinsale ist Anfang 50, ist also auf jeden Fall top fit, ähm, ich hab noch nicht Love and Friendship gesehen, der wird ja relativ hoch gehandelt, da spielt sie ja die Hauptrolle, ich finde, sie hatte hier so ein bisschen den Modus aus dem Total Recall Remake, da kann man, finde ich, stehen zu, wie man möchte, das ist auf jeden Fall eigentlich ein völlig unnötiges Remake, aber ich finde, als eigenständig betrachtetes Science-Fiction-Action-Film funktioniert der und sie brettert ja durch den Film. Sie ist diese Badass Bitch, im wahrsten Sinne des Wortes, die Colin Farrell so richtig, äh, Feuer unterm Hintern macht und ich finde so ein bisschen in diesem Modus war sie hier auch und das hat mir einfach, das hat mir einfach schon gefallen und ich, ich bin auch irgendwie bei dir, das ist alles so stumpf, das ist auch, weiß ich nicht, ob ich mich in Wochen oder Monaten noch groß an diese Filme erinnere, aber das ist so ein Film, den würde ich auf jeden Fall nochmal gucken und ich finde auch gerade die, die Nebenfiguren, die haben für mich überraschend gut funktioniert, also man muss natürlich sagen, leider, ne, das ist jetzt tatsächlich der letzte Film mit Ray Stevenson, der leider gestorben ist, aber auch zum Beispiel Ben Miles, der hier den, den CIA-Chef da spielt, den kannte ich aus Endor, ich hab den vorher sonst noch gar nicht gesehen, ähm, oder auch ihre Hacker-Freunde, sie hat keine Freunde, weil sie ist hart und auch unsympathisch und keiner mag sie, aber sie hat halt Interessenspartnerschaften, das ist alles, das ist alles, es ist alles super klischeehaft auch, aber es hat irgendwie für mich funktioniert, auch der taffe Agent, der sie dann jagen möchte, der sie plötzlich zu seiner Mission macht, das ist alles, oder auch halt der, der Antagonist, der, ne, so ein osteuropäischer Möchtegern-Bond-Bösewicht ist, natürlich ohne die nötige Ausstrahlung, aber irgendwie fand ich das alles so charmant. Ja, also, ich glaube, das ist das, was mir wirklich fehlt, dieser Film ist halt kein Charme, wenn der halt wenigstens wirklich für mich Charme ausstrahlen würde, würde ich das, glaube ich, alles irgendwie hinnehmen, aber das hat er nicht für mich. Für mich ist das einfach, ja, ein Film wie eine Raufasertapete. Ich zähle die Noppen, aber besonders unterhaltsam ist das nicht. Die Zeit vergeht zwar dadurch, aber viel Spaß hatte ich nicht und die gerade, was du gesagt hast, bei Netflix hier, diese Jennifer Lopez-Filme in der letzten Zeit oder diese anderen Filme in der letzten Zeit, für mich ist das kein Unterschied, ob ich jetzt einen von denen nehme oder Canary Black. Also für mich fällt Canary Black auch in diese Kategorie rein, habe ich gesehen und vergessen. Ich kann das durchaus verstehen. Ich meine, dreisterweise beginnt der Film ja in Japan und rezitiert einfach mal Ghost in the Shell, wo ich auch kurz gedacht habe, ist ein bisschen größenwahnsinnig. Einfach mal einen der besten Science-Fiction- oder Cyberpunk-Filme aller Zeiten zu rezitieren. Kann man mal machen. Aber ich fand den Film auch so angenehm kompromisslos. Also, ja, es gibt am Ende einen Twist, aber ich finde, es gibt auch andere Twists, die ich erwartet hätte, die einfach liegen gelassen wurden, weil er irgendwie, ich meine, der Film geht 100 Minuten und presst da einfach so konsequent durch und dann sterben einfach Leute und dann wird einfach weitergemacht und ja, fand ich lustig. Nee, für mich war es leider eine Enttäuschung. Also nicht ganz so groß wie die Enttäuschung, die ich jetzt mit Pierre Morell hatte und Freelance vom letzten Jahr, wo ich mir denke, dass er es nicht mehr geschafft, so einen Charisma-Bolzen wie John Cena richtig zu inszenieren. Aber Henry Black ist für mich wirklich, ja, eine Enttäuschung. Also ich, um ehrlich zu sein, ich habe auch sowas ähnliches erwartet, aber ja, Enttäuschung ist halt Enttäuschung und eben, ich wage mal Folgendes, ich glaube, dass du den nur besser findest als ich, weil du auch heute, wo wir das aufnehmen, noch Dragon Keeper gesehen hast. Besprechung könnt ihr gerne reinhören. Ich glaube immer, dass du dankbar warst, dass du jetzt etwas gesehen hast, was nicht komplett Grütze ist. Möglich, auf jeden Fall. Das kann ja, dass ich dann in dem Mut dafür war. Ich bin noch, also das ist wirklich, das muss man ja auch sagen, das ist kein Actionfilm, der irgendwie in meine Top 50 besten Actionfilme aller Zeiten oder sowas kommen würde. Aber es ist, glaube ich, einfach so ein Film, ich würde den, glaube ich, irgendwann, weiß nicht, in ein paar Jahren einem Sonntagnachmittag nochmal gucken. Da weiß ich nicht, ob er mir nochmal so gefällt. Aber im Zweifel grinse ich dann halt nochmal irgendwie lustig, wenn Kate Beckinsale so einem CIA-Typen halt so eine Maske aufsetzt, die den Schall runterresoliert und ihn dann ein bisschen foltert. Es ist interessant, mit welchen Sachen du Spaß haben kannst, lieber Johannes. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich weiß, wozu du fähig bist, ich möchte meine Meinung zu Canary Black revidieren. Es ist nur ein okayer Film. Wenn Johannes den okay findet, dann ist der Film okay. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest alles zu dem Film gesagt habe, was ich zu sagen hatte. Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen, außer dein Fazit? Nö. Dann ist jetzt Fazitzeit. Ja, fangen wir an. Ja, das ist halt ein Streaming-Action-Film und ich finde, sagen kann man machen. Man muss dann bei der richtigen Erwartungshaltung rangehen. Der macht nichts, also wirklich auf allen Ebenen macht der nichts irgendwie außergewöhnlich. Wenn ihr Action-Filme gucken wollt, gibt es so, so, so viel viele bessere und irgendwie spannendere. Aber wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, ist es okay. Ich finde, dann kann man den gucken und kann man damit Spaß haben. Und das ist irgendwie eine positive Überraschung. Das ging mir ähnlich als Anfang des Jahres bei, auch bei Prime hier, dieser irische Western mit Lyme Niesen erschienen, Saints and Sinners, der, wo ich auch gedacht habe, ich habe nichts erwartet und habe das Schlimmste befürchtet bei Lyme Niesen und dann war es ein okayer Film. Und ich finde, kann man gucken, aber ja, es gibt auch immer Besseres, was ihr gucken könnt. Ja, also, ich bin einfach kein Fan von Kendrick in Black. Es gibt schlimmere Filme, auch im Action-Bereich, gar keine Frage. Aber für mich hat das hier leider nicht funktioniert und reiht sich halt in die lange Liste der Streaming- Exklusiv-Titel ein, die, ja, ich so schnell vergessen habe, wie sie gekommen sind. Aber auf der anderen Seite, nicht jeder Film kann ein Rebel Rich sein. Damit danke ich euch fürs Zuhören zur Besprechung von Kendrick Black ab sofort bei Prime Video. Denkt dran, Tele-Stammtisch, überall dort, wo es Likes und Podcasts gibt, könnt ihr uns finden. Könnt uns da auch gerne einen Kommentar dalassen. Oder aber, ihr geht direkt in die Quelle zu unserem Discord-Server tele-stammtisch.de slash Discord. Da findet ihr uns. Könnt uns Feedback geben, könnt mit uns und anderen netten Leuten über Serien und Filme reden und alles Weitere. Und ja, wir würden uns freuen, euch dort zu begrüßen. Ist natürlich kostenlos, denn wir machen das ja hier nicht fürs Geld, wir machen das ja hier aus Überzeugung. Johannes, auch dir einen vielen Dank. Ich sage Tschüss und dir gebe ich das letzte Wort. Ich danke dir auch und ich freue mich natürlich schon, falls irgendwann eine Fortsetzung kommen wird, dann werden wir die natürlich besprechen, weil du dann längst vergessen hast, dass du Canary Black gesehen hast und einfach denkst, oh, ein neuer Actionfilm mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle. Ciao, ciao. Oh ja, der heißt dann Raven Blue. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtischs betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.